wir sind wieder am start mit speedrunner ist der trug ohne ich mal wieder alleine aber wir haben uns zwei nette bots eingeladen die hier immer mit der maus zu tun natürlich stimmt ja du darfst die die maus nicht ja aber ich muss ja ins fenster wieder klicken nach aufnahme starten diese stelle dann ja schon wieder dort ist sie denn diese jahr weil was ein assi bot nein güte oh nein warte mal und wenn du da durchkommst könnte das gut sein gegebenenfalls jetzt nicht drauf ja sehr gut okay da kommst du da durch ja meine alte nemesis der wohl jump mal kurz mal insel mach doch jetzt so sind wir unter uns an einer gegen kommt dadurch ja das ist ja gemein als andere dermals gemeint dazu da in dem ding raus die ganze jahren dort soweit vorne ja wenn ein arbeitsteuer müssen andere chance lässt sich dann ohne mehr halt so was bin ich denn da gelandet da kannst du auch gas geben und ich glaube ich musste ich mal ein paar mal lernen alter schwede ach lernen schmerzen ja viel ist halt in den maps halt auch wissen wo was ist ne das ist das halt wenn da die guten wege halt christian ist natürlich ein vorteil ist das für eine scheiße dort naja was ich ja nicht warum er überhaupt eben dann die maus als kontrolle im steuer und so bewegt sich auch nicht ho 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 hat er den bot gezeigt wo der hammerhängt äh falsche taste auch steht aus steht hat sie springen zu mit den händen sondern vor richtig ja wie es nur eine katze halt als auch so gemein stelle man nicht oder frage sehr gut super schnell ja da hat sich der bot selber ins ausgesprungen hat er verdient sehr gut spring doch genau in mich natürlich auf den ich dachte ich wäre ausgeflogen mein gott endlich hat er mal geklappt endlich hat er mal geklappt und dann macht er so gut jetzt aber ich habe nur gesehen da kommt ein abgrund also musst du springen das ist muscle memory wie mit ihren kisten überall immer er konnte ich hab dann gemacht da warst du noch nicht so weit weg ja dann wäre es ja ansonsten hat es ja fies gewesen das ist wichtig wenn du so verspielst ja vor allem wenn du dann solche stellen hast wo du einfach wie da diesen weiten sprung hast den du halt wirklich schaffen musst du ansonsten einfach nicht weiter kommst den hast du besser ich ich warte mal kurz bitte ganz kurz ganz schön so geht der nämlich eigentlich da war sie wieder bei der stelle mit hier kommt ein abgrund also muss ich mal ganz schnell springen ach komm schon ach ich glaube da wäre schon wo es in die andere Richtung geht warum hört dieses kackspiel nicht aufzutunten ja ich drücke nach oben und ich springe zwei level nach oben da ist das ist das ich überspringe immer als ob der irgendwie doppelte Eingaben kriegt ganz komisch strange hast du mal geguckt hat hat passiert wenn auf Tastatur also wenn du die Tastatur benutzt dann ist das ja irgendwie ein Spielproblem und nicht ein Kontrollproblem ja ich hab ja nicht die Tastatur benutzt ja Tastatur benutzt das meine ich ja vielleicht sollte es einmal gleich mal gucken ob der Problem auch besteht wenn du die Tastatur benutzt so ja damit kann ich ja nicht spielen oh ganz knicken das war so kisten oh ich echt voll geil eigentlich ey ey das hat ja voll lange genug bleiben Nein, nein, jetzt hab ich noch aufgerufen! Oh Mann, Arschloch! Komm, lauf! Ja, wenn du einmal den Schwung weg hast, dann ist es vorbei. Kannst du nur auf, wenn der andere Fehler macht. Warte, Momentchen Zeit hast. Oh, ja, kann ich mich mal in Ruhe lassen? Nein, wo sind gekriegt? Was nicht gut? Komm schon! Nein! Speed! Fahr rein! Ja! Nein! So, nicht um! Ah, fuck! Der war nicht gut! Ah, fuck! Diesmal hab ich ihn nicht gekriegt! Oh, jetzt hat er wieder rumgehangen! Ich weiß nicht, was er heute ist. So, hopp, hopp, jetzt! Alter! Das ist die Scheiße! Nee! Oh! Das ist die Scheiße! Nee, nee, nee! Junge! Ach! Ganz knapp verpasst den Haken, ey! Ja, der hätte dich nochmal gerettet wahrscheinlich! Ja, ok, brauche ich gar nicht mehr versuchen! An der Kante vorbeigesprungen! Ah, Scheiße! Ah! Oh! Dann haben wir inzwischen einfach die falschen Tasten benutzt, weißt du? Nee, nee, nee! Möchte ich nicht! Da fliegt er! Hooray! Mach mal mit Tastatur! Links rechts! Nee, mit Tastatur kann ich nicht links rechts machen! Warum nicht? Ja, du musst auch mit Tastatur steuern können! Theoretisch! Nee, mit den Falltasten! Also, ich hab für ASD gedrückt oder nicht! Ja, feilt das, das ist gefährlich. Das war nicht gegen dich, ich wollte uns nur die Kisten da wegmachen. Das ist nett von dir. Wow. Hey. Okay. Och, nee, nicht so, nicht so. Komm. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Oh, oh, oh nein. Ach, jetzt nimmst du auch noch auf die Staffel gekommen. Ah, wir sind schon, das ist nicht gut. Oh, der war zu früh. Oh, der war zu früh. Oh, der war zu früh. Und da war zu früh. Oh, der war zu früh. Oh, der war zu früh. Und da bin ich nicht so gut. Ich bin nicht so gut und dann bin ich noch zu früh. Oh, fang, da ist er! Ja, ja, ja. Oh, oh, das ist nicht gut. Boah, na, das hilft. Hört auf. Nein, Dutch. Boah, das ist so kacke. Ja, fast auf gleicher Höhe, das ist ja. Ja, der ist unten halt, weißt du? Ja, ich lebe ja damit, wenn ich mein Krack weiter nicht sehen kann. Aber wenn man halt rot ist, dann sollte man kaum sehen. Ja, ich weiß nicht, Alter. Ja, du musst es so genau teilen. Ja, der war zu früh, ey. Ja, da kannst du auch richtig strecken machen, wenn du das gut times hier. Ja, ja. Ja, nicht da, ich meinte halt vorher. Du kannst dann ja, der ganz gesamte, die ganze unteren Bereich hier. Schossen wir es mit dem Luftstrahl dann, das ist halt die Möglichkeit. Boah, ich bin voll in Konzentration gerade. Boah, daneben. Nein! 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 Hey! Warte mal. Was fängt da so an hier, weißt du? Nein! Nein! Komm schon! Nice, nice. Ja, gut. Den hab ich, den haben gut gekriegt. Da muss ich mich mal selber loben. Ich hab ein Unicorn. Golden Unicorn. Macht immer mehr Spaß. Macht immer mehr Spaß. Ja, das stimmt. Na gut, dann äh... Spieloptionen neu? Naja, alles klar. Äh, wir sehen uns bei der nächsten Folge ungefiltert, ähm, ja, workshop nips. Und, ähm, ja, wir bedanken uns fürs Zuschauen. Passt gerne mal ein Like da, wenn ihr Lust habt. Und dann haut rein. Ciao! Bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!